Ich verstehe Lichtarbeit nicht als ein Werkzeug, sondern als ein Sein. Wenn ich erwache, dann sehe ich die Welt anders. Dann nehme ich die Welt als eine Schwingung wahr, von dichteren Energien, von lichtvolleren Energien, von Momenten, wo es Liebe braucht, wo sich Liebe öffnet, vom Bewusstsein, das gefangen ist, das ich unterstützen kann, damit es sich öffnet. Für mich ist das ein Seinszustand, ein höherer Seinszustand.